Ich muss jetzt eigentlich sofort online sein So ok ist online Ok kreativ kunst Gönn dir kreativ Möchte jemand noch mitzocken Play irgendwas So Hey Kenga moin Eben Thumbnail ändern Ganz schnell 392 Was geht ab alter Youtube Live dashboard Kein bock das zu schreiben jetzt Hä Youtube live dashboard Ok Ok er sucht Ich guck mal eben was er schreibt über die Playstation Kann erst morgen und kommt Kannst du mir jetzt Senden Ja kann ich machen Für Geben nur das Thumbnail ein Ein Stückchen F Hallo Hallo Wenn ihr beide mich hört dann tanzt mal Wie Was ist denn Der 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 ach so so eben schicken ok mach bereit ja so macht bereit ok 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 hallo kommt hier rein michael rekord wenn ich jetzt reingegangen lelele muss noch einmal zum zentrum zurück weiß ich gar nicht glaube über zehn oder so herr wo ist denn jetzt meins aha hier ist einmal noch mal raus 22 ich starte sofort und nicht drunter schießen schau herr schau mal auf hier ach so ja da sieht man wie es legt ja moin go shot 6 leer kann ich nicht oha guckt euch mal an wie es beim deck halben play wollte ach so dennis du machst grüßchen ausland ist er guckt euch das mal alles ist die ganze bei mir anlegen ja 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 okay okay ich kann nichts machen es liegt bei mir oha ja okay es leckt doch bei mir ich kann doch nichts machen nicht runterschießen so da seht ihr mal wie es legt ja 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 mit holz bauen mit holz bauen mit holz guckt da könnt ihr mal sehen wie flüssig ich spielen kann wenn es schlägt bei mir ja guckt euch erstmal an wie es bei mir legt oha da habe ich mitmachen ja klar ganz noch ein stück in der fahrt hier dass man der weg mein epic ist so komisch weil ich geheckt wurde ich kann mich nicht bewegen aha jetzt aber leute der streamer 22 sekunden verzögerung 22 ja auf twitch ist nur zwei sekunden sie das mann wie es bei mir legt auch junge wenn sich mal zu legen würde bei mir kannst du mich reden ich bin auch hier am spielen du musst mich ändern außerdem willst du ja mitspielen soll es sich unhöflich klinge aber wenn ich die ganze zeit jeden epic anfangen würde dann hätte ich nichts besseres zu tun mal ich werde esgeets euch Er hat wirklich gelägt, er konnte sich nicht bewegen. Kannst du wohl eine Treppe wand? Ja, kann ich. Wenn sie schlägen würden, dann würde ich das können. Hier. Hey. Paul Berger, hi. Ah, ich glaube, ich kenne dich dort noch. Du warst jetzt länger nicht mehr im Stream. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja, ich bin hier. Kannst du Boden oder Treppe? Ja, hab ich doch gezeigt. Ja, moin. Nicht 3-Layer. Nein, nicht das 4-Layer. Keine Ahnung, was du meinst. Es guckt mir ja gerade einer zu. Wenn jetzt noch einer reinkommt, dann starte ich neu. Ohohohoho. Hohohohohoho. Nee, treppe, dann boden, treppe, dann, treppe, dann boden, treppe, wand, achso, treppe, boden, treppe, und, treppe, wand, treppe, und, treppe, wand, ich wetten, das ist auch VHS falsch. TP, AP VHS Drei 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 ich zeig dir das einfach ja okay ronix high ich glaub ich kenne dich auch der nice wenn ihr alle ein abo da lassen würde ähnlich runterschießen ich höre hört mal auf runter zu schießen das connectet nichts ja nein das schießt sich einfach da oben nein wieder ghostshot abgeleitet bin ich dich erden dann steht drauf dass ich dich nicht finde ja auch geschickt leute 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 ich muss kurz afk sein hört mal ganz kurz auf ganz kurz dann schicke ich dir eben der fa da ist xxd 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 so okay nee nee so lol eh 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 oh ho 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 black how is up das lassen wir mal lieber ich du 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 Vielen Dank. Ich kann dich doch gar nicht treffen, wenn du so hyperaktiv bist. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Ja? Okay. Guck mal. Versuch mal zu editieren. So. Aber du musst deine eigene Wand bauen. Oder du machst einfach so. So. Geht auch. Und dann zack. Bam. Patz. Oder wenn du. Guck mal. Komm mal hier zu mir. Versuch mal immer auf das blaue zu treffen. Hier. Komm. Du musst jetzt immer auf das blaue Horn von dem Metall was ich gebaut habe. So. Mach mal. Mach mal. Okay. Guck. Du versuchst. Nein. 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 Stopp. 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 Du versuchst mir jetzt Headshot zu geben mit der AR. So. Ich mache ein bisschen so. So. Warte. 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 guckte was einfach nur so was ich muss einen trainieren und so du musst deine einzelne gucken wie du spielen muss und so ich kann immer meine stadt zeigen stream da kann es ja screenshot machen mit deinem handy hier kannst du mal angucken was screenshot am besten vielleicht kommt sie auch damit klar hier da wo maus empfindlichkeit steht das ganze auslassen das auch nur da dass das 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 und das ist für controller nein 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 darauf batz einmal so ein headshot oder versuche einfach mal zu editieren so treppen sollte eigentlich nicht schwer sein ich zeig dir mal was man alles machen kann mit den wänden stop stop hör auf du auch kommt man alle hier rein so das geht anders und das geht es geht auch dann so das geht auch das geht auch hier das geht oder das geht oder das geht oder das geht oder ich weiß nicht ob das auch so geht geht nicht aber es gibt viele mögliche zeigt mal also die treppe sehns und dann editierst du sie nach rechts zeigt mal ach so die ist ja so blockierst steckt wieder bei mir so es legt das ist ja nicht schwer oder guck mal strebt dich jetzt ein so sagbar oder einfach dass ihr boden und treppe also kann es einfach so machen oder machst du so glaub ich hab auch digitiert jetzt gerade verkack ich bisschen oder einfach ab sein hier machst du so natürlich nicht so lange wie ich hier kreativ gerade oder mal neid ist ich kann aber selber kennen die 90s guck ich mach immer das ich finde das am besten so verbaust du musst du ein bisschen 3 layer und dann lagts wieder natürlich dauer ganz schwierig guck mal wie ich baue ja ich gucke komm mal hierhin aber ein moment ja ok baumma 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 ja baus ja nur ganz hoch passiert doch nichts ja da baus mit tastatur sogar besser guck ich brauche jetzt mit tastatur so mit tastatur bin ich aber nicht so es lecker ein bisschen hey nur am denken ok und so baus mit tastatur guck mal bei mir ja ich guck bei dir hat ist deiner welt beigetreten ja bist du krank höchst ich verschnüpft an ja ich bin krank also ich habe nur schnupfen das war es hier ja 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 warte ich muss eben auf toilette bissen hier ja Oh, hallo? Wer ist hier da? 393 Abonnenten, boah, das ist zu krass. Leute, das wäre nice, wenn ihr den Stream teilen würdet. Müsst ihr nicht, aber wäre nice. Wollt ihr ganz normales Team spielen? Seid ihr überhaupt noch drin? Ja, okay. Ihr seid noch drinnen. Kann ich e-zeilen? Ne Polo-Motion, das hilft. Ne, ich trinke nen Tee. Ich hab halt Husten und Schnuppen. So, das ist aber nix Schlimmes. Wo seid ihr jetzt? Wo seid ihr? Kann ich zeigen, wie ich baue? Ja, wo bist du denn? Ich baue mich jetzt mal hoch auf diesen Berg. Oder ich baue mir einfach so'n Turm. Ich glaube, das sind meinties gewesen. Ich baue mich jetzt mal hoch rein. bau ich sehe es bau fang an hier rote ritter und fang an da hast du dich verbaut immer so hoch hallo verbaut sich halt oft guck ich zeig dir mal so als erstes r1 r2 l21 da brauche ich ja besser würde ich nicht sagen also ihr beide müssen noch üben ich war hier kreativ geht mal dann liebe ich war bis zu der tastatur da kann ich mit tastatur sogar besser bauen so einmal jetzt runter editieren ich versuche mal mit tastatur es war schon mit kontrolle ja wo bist du die nachträume lehrt er die nachträume lehrt verbesserungswürdig ja bei mir ja ich weiß dass runter editieren ist jetzt nicht so gut aber bauen so ich bin ja schon da hier so abgebaut okay was überhaupt ist ja gar nicht meins hör auf der junge auf so hier rein noch mal rein oh mein gott ich das genießt hat oha baut er gut alter so ein guter spieler körper ja es ist ja jetzt nicht so schlimm der mir gesagt soll die trainieren ich zeige euch jetzt mal wie ein three layer geht okay kommt man mit mir er erkannt das aber langweilig so und dann müsstest du jetzt eigentlich die sonne drehung machen okay er meinte zu dir da baut ihr besser da baut er besser wer besser ja wahrscheinlich okay komm nun mal diese lux lux gehen wo bist du okay kann man kann man hier her wir machen jetzt ein bau der duel kommt hier lux kommt hier hin hier blatt die die nachruhe so kommen so nein nein hör auf so mit holz bauen geh auf die andere seite geh du weg geh weg geh weg geh weg geh weg so es geht es geht bei auch junge ich mache einfach baum zora hätte ich dich schon hohe hä 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 egal ich baum mich hoch ich werde die einholen Komm, mach du mal Editier du auf Editier auf Ey Ganz ruhig hier Komm mal, hör auf Warte Hör auf, hör auf, hör auf Hey Junge, weißt du Komm Komm, mach Warte Okay Oha, was geht gerade ab Bei mir Guck, ich bin schon im Highground Und das Spiel packt wieder rum, alter Guck da So, dann würde ich hier so runtergehen Das meine ich, okay, ich habe gewonnen Aber auch die Internet Ja, ist okay, der ping gerade Ist nichts Schlimmes Sieben Abos noch Okay Wow, wow, hey, 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 hey Ich werde ihn jetzt ficken mit 5-3-Sharp, ey Habe ich doch gesagt, okay, komm Der nächste ist dran Ähm, roter Ritter, du bist dran Rote Ritterin meine ich Das war ich nicht Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt beide abgeballert Ist mir auch egal Beide Ne, einer spc spieler, der andere xbox So, kommt mal hier hin Alle, die gerade im stream sind Schreibt mal bitte was rein Und lasst mal einen like auf Ehre da Wer auf jeden Fall korrekt ist Bei mir stehen, möchtest du mir noch Nicht eine Anfrage geschickt hast Hä, na klar, alter Hier schickt mir mal eine Anfrage Hier Lushme 2.0 Das ist mein Epic Name Ja Aber wo ist jetzt hier dein Epic Name Ich kann dir jetzt nochmal gerne eine schicken So ist das jetzt nicht Einmal mache ich das jetzt noch XAZ X, 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 X oh bled bled ha 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 so wenn jetzt einer ein bau der elf von euch will schreibt man den chat rein ich 08 leute warte mal meine insel beenden ich starte jetzt einmal noch mal neu weil der kanale mit so leute ich starte jetzt einmal noch mal neu dann können alle mittel so 12 warte ich mache noch mal was hin denn es tut was okay schon bis zur türke spieler weg punkten weg punkten das brauche ich nicht also einmal spieler sport und wieder weg umgehen 1 2 so so ich lebe ach so 1 ok warte mal wo seid ihr hier 1 2 nee der ist neu 2 wow hä aber wo sind die und warum kann er bauen die mit holz bauen 123 ok die nachruhe belehrt warum hat der berechtigung hallo rochard alter einer kann fliegen her ich krieg den direkt nur her aber wo kann es liegen jungs einmal zurück zum zentrum so kommen alle zum zentrum zurück so nicht reingehen nicht reingehen 22 stopp stopp hör auf dann wir auf hör auf jungs schreibt mal rein ob wir nur zu dritt oder kommen wir spielen das normal weiter kommt raus das war ganz normal spiel ich habe bock das war ganz schön was das war ganz schön was das hier von lege rochert entfernen der hier muss rein danke wer ist jetzt hört ihr mich hallo wenn ihr mich hört tanzt mal ich hasse den typen wer ist das alter klären das schreibe ich immer so let's go so jetzt ist er drin hallo ja moin maxe pisch wer ist das ich muss aufgaben erledigen und ihr müsst mir dabei helfen woche drei besuche fähigkeiten sollte im verlauf eines matches ja zerstöre kack den in der wüste macht mal bereit ich helfe dir bei raubzug maxi pisch ein moment ein moment ich verlasse ich mache jetzt mal einmal spielmodus aussagen dann gehe ich jetzt noch mal in battle royale hallo so jetzt kommt rein wer ist maxi pisch ist selber in afl ok na a ma wo funktion wird haben 05 leiter kuppenleiter warum kommen die jetzt nicht rein junge max das machst du ich kann nicht rein ja ich weiß max und dann wieder andere heißt weiß ich nicht hast du wildcard was ist wildcard ist privat ist nicht privat ist jetzt öffentlich wer ist alles gerade in meinem live stream drin wieso bleibt jetzt strölle nein wir zocken kein du ich guck item shop dann weißt du es wildcard oh keine ahnung ok let's go bitte warte kurz kommen gleich rein ja komm einfach rein das kind aus raubzug ach so ja was ist mit dem ach so ja ich habe ich habe ich nicht ein raubzug mit gewinn raubzug mit nutzen greifen schnappe die infizien raubzug mit ist ein juwel schon mein lieblingskind ja der ist geil so kann man auf jeden fall machen schnappe 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 Ich komm einfach rein, play vault. komm jetzt einfach rein ich wollte dich einladen aber dann war es schon zu spät er ist drin er kommt wie quitt leben ist eh nichts passiert in der runde ich will noch raubzug ja ok ich muss mir noch raubzug geben also das heißt eben so dann das ist voll geil schwere der stream läuft jetzt voll flüssig ungefähr 24 deswegen war schon seit einer stunde warum sucht er jetzt nicht oh season 2 mode ey warum sucht er jetzt nicht ich check das nicht kommt das noch einmal quitten hier ich lade euch alle ein er will aber nicht suche einer ein hast du ja ich habe ja die weh so 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 ich habe eine frage ja stell doch einfach eine frage fragt mich ob du fragen ob du fragen kannst wollen wir um unsere account spielen das so 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 ich glaube ich würde sogar gewinnen aber wird es eben jetzt ein account ähnlich gehen hätte ich verkauft für geld mein account jetzt verkauft für geld schon meiner kann schon ein paar hundert euro verlangen Prozent für uns um noch nicht bringen Nellene 9 Prozent Springer eine wir sagen fete und das für meinen ausgeben fliegt jetzt runter runter fliegen runter fliegen runter runter fliegen lamer noch ein lamer nicht was schilder 1 2 3 1 2 3 oh mein gott blatt die die nachruhe habe schon zwölf account geworden jo wahrscheinlich hast du zwölf account gewonnen jetzt auf einmal fängt es anzulegen ich verstehe nicht wieso dann schon was wir schon gemacht ja dann gib mir doch mal 10er psn karte wenn du so viel geld damit gemacht hast ich kann nichts machen nicht besonders gute waffen dann lass um account spiel nein komm rein komm rein komm bitte dein stream sieht man nichts mehr schon wieder die gleiche scheiße ich hoffe das geht gleich weg hier hier habe keine waffen ja hier hier es ist echt ein problem ja 현iene mining vermisse r вр schon chtt ja genau noch gucken Okay. Ja, ich weiß, man sieht nix. Sleek. Ja, hm. Seh nix. Ja, ich weiß, ich muss dann nochmal den Stream neu starten. Ich bin sofort wieder online. Dann kommt mal alle sofort wieder rein. Ich bin jetzt den Stream dann startet wieder.